Alle Schuhe, die ihr hier sehen könnt, hatten wir schon mal im Test. Doch trotzdem kriege ich immer wieder die Frage gestellt, Sebastian, was für einen Schuh kann ich denn für einen Klettersteig verwenden? Was für einen Schuh soll ich denn für eine Hochtour verwenden? Und welchen Schuh für einfache Wanderungen? Das Problem, das ist gar nicht so einfach. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei der Alpenback Academy. Heute schauen wir uns das Thema Einsatzzwecke von verschiedenen Schuhen an. Wir haben hier offensichtlich fast die ganze Palette von Schuhen, die es am Markt so gibt. Hier könnte man noch den Expeditionsschuh hinzufügen und hier könnte man noch den Laufschuh hinzufügen. Aber das sind jetzt quasi die zwei Randgruppen im Bergsport. Wir haben hier Kategorie A Schuhe, Trailrunning Schuhe. Die sind fast gar keine Kategorie, im Prinzip eine für sich. Hier haben wir Kategorie AB Schuhe, hier denselben im Prinzip in hoch. Hier haben wir Kategorie C Schuhe und hier haben wir Kategorie D Schuhe. Bedeutet nicht steigeisenfest, nicht steigeisenfest, ebenfalls nicht, ebenfalls nicht, bedingt steigeisenfest und voll steigeisenfest. Die Sache ist, dass viele Leute der Meinung sind, Wenn ein Schuh nicht steigeisenfest ist, dann kann ich ihn nicht für den Gletscher verwenden, deswegen muss ich ihn für alles andere verwenden können. Der Umkehrschluss ist, wenn ein Schuh steigeisenfest ist, dann ist er zu viel für andere Unternehmungen abseits des Gletschers. Beide Argumente haben etwas, was für sie spricht, aber die ganze Wahrheit ist das nicht. Fakt ist nämlich, es gibt sehr, sehr steife Schuhe. Die sind meistens Kategorie C und Kategorie D Schuhe, aber die gibt es auch im Kategorie B Bereich. Und tatsächlich gibt es auch Steigeisen, die man auf solche Kategorie B Schuhe, jetzt nicht unbedingt genau die, aber ohne einen Bügel vorne und ohne einen Bügel hinten, beziehungsweise seine Kante hinten, montieren kann. Und das hat definitiv auch einen Sinn, denn stabile Schuhe, die trotzdem möglichst weich sind und vielleicht ein tolles Abrollverhalten haben und man vielleicht nur über kurze Gletscherpassagen muss, da macht das dann vielleicht schon Sinn. Jetzt haben wir aber ein Problem und dieses Problem heißt Marketing. Und Marketing ist dafür verantwortlich, dass wir alle diese Schuhe ständig glauben, für alle verschiedenen Anwendungszwecke verwenden zu müssen. Das ist Fake. Fake News könnte man sagen, aber tatsächlich ist es eigentlich einfach nur billige Werbung. Immer öfter gibt es Trailrunning Schuhe, die für Klettersteige angepriesen werden. Und immer öfter gibt es auch Zustiegsschuhe, die nicht für Klettersteige angepriesen werden. Immer öfter gibt es Kategorie C Schuhe, die für leichte Wanderungen und Tracking angepriesen werden. Und immer wieder gibt es auch so halbhohe oder über den Knöchel verlaufende Schuhe, die für einfache Gletschertouren angepriesen werden. Das ist alles nicht ganz richtig. Es ist auch nicht vollständig falsch, aber es ist nicht ganz richtig. Kommen wir zum Problem bei den Trailrunning Schuhen und bei den Zustiegsschuhen im Bereich Klettersteige. Das ist ein Thema, das ist groß, da müssen wir jetzt etwas drüber sprechen. Diese Schuhe wurden ursprünglich dafür konzipiert, also Trailrunning Schuhe wurden dafür konzipiert, im weichen, leichten Gelände vorwärts, abwärts zu kommen und dabei möglichst viel Haftung am Boden aufzubauen. Das wurde bewerkstelligt mit verschiedenen Sohlenkonstruktionen. Einmal etwas flacheres Profil, einmal für Winter und nassere Geländearten, dann der dementsprechende Stollenschuh etc. Da wurde viel entwickelt. Dann hat man aber irgendwann erkannt, dass der Trailrunning Schuhmarkt eine relativ begrenzte Zielgruppe hat und hat beschlossen, man könnte diese Schuhe ohne Weiters auch für die Klettersteiger verkaufen. Warum? Wir haben hier weiche Gummimischungen an diesen Schuhen dran und weiche Gummimischungen sind immer dafür bekannt, dass sie fest am Fels haften können. Je härter die Gummimischung, desto schlechter ist die Reibung am Fels. Deswegen hat man gesagt, naja, für einen Klettersteig ist es ja gar nicht so unpraktisch, wenn wir ganz weiches Gummi verwenden, denn da haben wir dann möglichst viel Haftung und können nicht so leicht vom Fels abrutschen. Deswegen werden diese Art von Schuhen auch dementsprechend für Klettersteige verkauft. Das Problem ist aber zweierlei. Einmal haben wir hier diesen weichen Gummi, der gleichzeitig auch das größte Problem ist. Weicher Gummi reibt schneller ab als harter Gummi. Weicher Gummi verschleißt also schneller. Wir verlieren schneller das Profil, wir verschillieren dann relativ schnell auch im Anschluss die Sohle. Das kennt man auch bei Kletterschuhen. Auch bei Kletterschuhen gibt es weiche und harte Gummimischungen und die weichen Gummis sind dafür bekannt, dass sie relativ schnell mal wieder ausgewechselt müssen gegenüber den harten. Das heißt, hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein Problem mit dem Abrieb. Denn weil dieser Trailrunning Schuh für das leichte Waldgelände entwickelt wurde, bedeutet das gleichzeitig, dass der Fels diesem Schuh ziemlich hart zusetzt. Und das bedeutet, dass der Schuh viel schneller kaputt ist, als wenn man ihn einfach fürs Trailrunning verwenden würde. Könnte man jetzt natürlich die Frage stellen, belügt uns hier der Hersteller? Nein, denn tatsächlich, ich kann diese Schuhe oder ähnliche Schuhe tatsächlich für Klettersteige verwenden. Äh, ja, es ist einfach nur scheiße für den Schuh und dementsprechend auch scheiße fürs eigene Portemonnaie, denn das bedeutet, wir müssen viel öfter die Schuhe auswechseln. Und tatsächlich, gegenüber einem Kategorie C Schuh ist dieser Schuh weicher, bequemer, komfortabler und hat vielleicht sogar einen besseren Grip am Fels als die mit der mittelharten Gummimischung. Das bedeutet, sie sind vom Anwendungszweck her dafür geeignet und der Hersteller hat damit Recht. Außerdem hat der Hersteller den großen Vorteil, dass ihr mindestens einmal im Jahr zu ihm kommen könnt und euch neue Schuhe kaufen könnt, weil am Klettersteig diese Schuhe leider nicht länger als ein Jahr halten werden. Fürs Trailrunning natürlich halten sie manchmal auch länger. Dementsprechend muss man sagen, im originalen Anwendungsgebiet haben sie absolut ihre Daseinsberechtigung. Schauen wir uns das Ganze bei den Zustiegsschuhen. Also bezüglich Gletscher und Co. brauchen wir da natürlich nicht reden. Das ist absolut ungeeignet. Keine Frage, aber ich glaube, da gibt es auch keinen Diskussionsbedarf. Schauen wir uns das Thema Zustiegsschuhe und Wanderschuhe ab. Interessant war die Entwicklung der Zustiegsschuhe, denn ursprünglich gab es nur die hier. Ursprünglich gab es nur die klassischen Wanderschuhe. Und diese Wanderschuhe wurden irgendwann zu den Zustiegsschuhen entwickelt. Und jetzt gibt es, wer die ganzen Reviews zu diesen Schuhen gesehen hat, dem wird auffallen. Denn diese zwei Schuhe sind baugleich aufgebaut. Es gibt keinen Unterschied, keinen echten, weder im Gummi noch in der Zwischensohle zwischen diesen beiden Schuhen. Und auch im Außenmaterial unterscheiden sie sich in diesem Fall nicht. Sie haben auch dementsprechend einen vollkommen identischen Geröllschutz. Das bedeutet im Großen und Ganzen, das hier ist der gleiche Schuh, nur eben von einer anderen Marke. Jetzt kommt aber der Witz. La Sportiva, Scarpa und Co. haben sich irgendwann gedacht, es gibt Leute, die wollen diese Schuhe auch für einfaches Gelände zum Wandern verwenden. Und diese knöchelhohen Schuhe, die sind nicht jedermanns Sache, sagen wir es wie es ist. Also für mich persönlich zum Beispiel sind sie auch nicht das Beste. Deswegen hat man irgendwann diese flacheren Modelle verarbeitet und ausgearbeitet und verkauft. Und hat sie unter dem Namen Zustiegsschuhe verkauft. Jetzt muss man aber wissen, dass das aufgrund der Tatsache, dass es sich um exakt denselben Schuh hier handelt, vom Aufbau her. Wir reden nur vom Material, wir reden jetzt nicht von Marken. Muss man wissen, dass sie sich dementsprechend auch im Anwendungsgebiet logischerweise gar nicht unterscheiden können. Die Hersteller aber sagen, den verwenden wir für Tracking und Wandern und den hier verwenden wir für Zustiege und Klettersteige. Why? Das ist Blödsinn, weil es ist derselbe Schuh. Und die Tatsache, dass wir hier oben eine Verlängerung über den Knöchel haben, ändert auch am Schuhmaterial nichts. Wir sprechen also jetzt wieder vom Abrieb und vom Verschleiß. Hier haben wir einen Schuh, der tatsächlich in der Tat sehr gut für, wir fassen das jetzt mal hier als einen Schuh zusammen, Wir haben hier einen Schuh, der sehr gut für Klettersteige geeignet ist. Wir haben hier wieder eine mittel- bis weiche Gummimischung unten dran. Das bedeutet, wir haben eine ausreichende und ordentliche Haftung. Wir haben ein robustes Lederaußenmaterial mit dementsprechendem Geröllschutz und einer EVA-Zwischensohle, die dementsprechend dämpft und zumindest aus aushält. Zumindest in der ersten Zeit. Dazu kann ich vielleicht mal an einem anderen Punkt kommen. Das würde den Rahmen des Videos jetzt sprengen. Aber sagen wir mal, für das erste Jahr auf jeden Fall. Er ist also sehr robust. Das bedeutet, wir können ihn am Klettersteig trotz der weichen Gummimischung sehr gut einsetzen. Aber nur bedingt lange, also relativ kurze Zeit. Ein Jahr, vielleicht oder ja, auch zwei Jahre gehen am Klettersteig. Doch dann kriegen wir ein Problem mit der Zwischensohle, die leider nicht auf Langlebigkeit konzipiert wurde. Und auch mit der mittleren bis weichen Gummimischung, da sehen wir dann dementsprechenden Abrieb an der Sohle. Das ist üblich bei Schuhen, die für Klettersteige verwendet werden und eine weiche Gummimischung unten dran haben. Jetzt kommen wir aber zum größeren Problem, nämlich wenn man diesen Schuh oder diesen Schuh dann als Wanderschuh verkauft. Das ist es meistens eben, wenn er über den Knöchel drüber geht. Das hier ist kein typischer Wanderschuh, denn er ist nicht auf Langlebigkeit gebaut. Die EVA Zwischensohle ist nämlich dafür konstruiert, sehr robust zu sein und sehr gut so die Klassiker am Klettersteig abzufedern. Also, dass man mal auf einen spitzen Stein drauf drückt und so weiter. Das hält dieser Schuh oder das hält dieses Zwischensohlenmaterial sehr, sehr gut aus. Lange hält er das aber nicht aus. Das bedeutet gleichzeitig, wir haben das Problem, dass wir nach drei, vier, fünf Jahren eine sehr spröde Zwischensohle haben, die nichts mehr taugt. Gar nichts mehr. Und das ist eine Sache, die wird oft verschwiegen und die wird natürlich gerne verschwiegen. Ich möchte aber meinen Wanderschuh, wenn ich ein Konsument bin und vielleicht im hohen Norden Deutschlands wohne und dementsprechend nicht jeden Tag wandern gehe und somit keinen natürlichen Verschleiß der Sohle zum Beispiel zusammenbringe, möchte ich natürlich meinen Schuh über längere Zeit haben. Ich möchte mir ja nicht jedes Jahr einen neuen Schuh kaufen, obwohl ich damit überhaupt nicht unterwegs bin. Das ist ein Problem bei diesen Schuhen. Das können sie nämlich nicht, denn das EVA Material wird über die Zeit spröde, genauso wie die Sohle. Und je weicher hier die Gummimischung wird, desto mehr Probleme fängt man sich in kürzerer Zeit ein, um das jetzt ganz verkürzt nur darzustellen. Das bedeutet, diesen Schuh für Wanderungen herzunehmen kann man nur dann, wenn man wirklich oft innerhalb eines Jahres unterwegs ist oder innerhalb von zwei Jahren unterwegs ist und dann den Schuh nach zwei Jahren ohnehin ausmustern müsste. Wenn man jetzt aber vier Jahre lang unterwegs ist und nur ein, zwei Mal im Jahr, klassischer Wandertourismus quasi, dann steht man einfach vor der Herausforderung, dass der Schuh spröde, rissig und damit gefährlich wird. Das bedeutet wiederum, für Klettersteige sind diese Schuhe insofern ideal, weil der Verschleiß der Sohle und des Außenmaterials genauso schnell geht wie der Verschleiß der Zwischensohle. Das bedeutet, wir müssen den Schuh dann ohnehin nach Ende der Saison oder nach anderthalb Saison sowieso austauschen. Für Gelegenheitswanderer ist das aufgrund des Materials nichts. Das war früher anders. Dazu müssen wir mal an einem anderen Tag kommen. Jetzt gibt es noch die Kategorie C-Schuhe. Das sind eigentlich so die robusten Kämpfer. Das Problem ist nur leider das. In den letzten Jahren hat sich ein Trend dazu entwickelt, dass man alles immer leichter haben möchte. Man möchte Ultralight Running Schuhe, man möchte Ultralight Zustiegsschuhe, man möchte Ultralight Wanderschuhe und man möchte auch Ultralight Kategorie C-Schuhe. Das hier sind keine Ultralight Kategorie C-Schuhe. Aber es gibt sie mittlerweile. Zum Beispiel der Skapa Rebell HD. Das ist ein klassischer Ultralight Kategorie C-Schuhe und der bringt ein Problem mit sich. Nämlich, dass er mit demselben Aufbau konzipiert wurde, wie diese Schuhe hier. Jetzt spult einfach ein Stück zurück, schaut euch nochmal an, hört nochmal ganz genau hin, was das Problem bei dem ist. Dann werdet ihr vielleicht drauf kommen, warum Ultralight Kategorie C-Schuhe der letzte Scheiß sind. Egal von welchem Hersteller. Das ist heute kein Hersteller-Bashing. Das kommt in Zukunft wieder öfter, da könnt ihr darauf vertrauen. Aber das hier ist heute ein ganz, ganz grundsätzliches Problem, das sich durch alle Hersteller und alle Marken durchzieht. Ultralight ist mit einem großen Nachteil behaftet, den euch kein Hersteller verrät. Wäre ja auch ganz schön blöd. Nämlich, dass diese Schuhe relativ bald kaputt sind. Gelegenheitsbergsteiger sollten nicht auf Ultralight-Produkte setzen, denn Ultralight-Produkte sind nicht langlebig. Das sind sie nie. Das können sie einfach aufgrund der chemischen Zusammensetzung dieser Plastik-Zwischensohle nie sein. Und die Scarpa Rebell zum Beispiel verwenden genau den gleichen Aufbau. Das ist eine, persönlich gesehen, eine Katastrophe. Es gibt solche ähnlichen Schuhe mittlerweile bei allen Herstellern. Die sind super leicht, sind hinten bedingt steigeisenfest und damit glaubt man, das sind robuste Bergschuhe. Robust und Ultralight, das funktioniert nicht. Streicht das aus eurem Kopf. Und ich weiß, ich kriege immer wieder Nachrichten, ich brauche einen super leichten Schuh und der muss super robust sein. Der muss alles aushalten. Und dann sage ich immer, so funktioniert das alles nicht. So funktionieren Kunststoffe nicht, so funktioniert Leder nicht, so funktionieren Gummi nicht. Das wird nicht so. Es ist wichtig, dass das von Anfang an klar ist, wenn ihr euch auf die Suche nach dem richtigen Bergschuh für euer Einsatzgebiet macht. Schauen wir uns aber jetzt das Thema Kategorie C Schuhe an. Hier beim Las Potivor Trango, hier sind wir in einem Bereich, wo stabile Zwischensohlen verarbeitet werden. Eine mittelharte Gummimischung, dementsprechend das dickes Außenmaterial, das ordentlich geschützt ist. Und dementsprechend sind diese Schuhe extrem langlebig und haltbar. Natürlich, sie können auch neu besohlt werden und das ist wichtig, denn auch ein Gummi wird irgendwann hart, egal wie hart oder weicher ist. Und jetzt sind wir natürlich bei der großen Frage, was nehme ich jetzt für Klettersteige her? Was nehme ich jetzt für das Tracking und für das Weitwandern her und so weiter? Es ist nicht so einfach, denn es ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber es gibt ein paar Pauschalregeln, die für alle diese Schuhe gelten, egal von welcher Marke, egal wie teuer oder billig, vollkommen wurscht jetzt. Je robuster und je schwerer der Schuh ist, desto länger ist er auch in der Langlebigkeit, er begleitet euch dementsprechend länger, aber desto schwerer ist er auch. Und damit muss man leben können. Wer alpine Klettersteige begeht, sollte sich keinen Klettersteigschuh, keinen Zustiegsschuh kaufen, denn alpine Klettersteige bedeutet, dass man in sehr viel rauem Gelände unterwegs ist. Da können solche Schuhe euch theoretisch nach kürzester Zeit verlassen. Schaut euch lieber robustere Schuhe an. Es ist kein Must-Do und ich weiß, ich weiß, es gibt ganz viele Top-Athleten, die solche Schuhe für den Watzmann verwenden und solche Schuhe für die Zugspitze verwenden und solche Schuhe für ganz viele komplexe Felsberge verwenden. Das sollte aber kein Vorbild sein. Das sind nicht ausreichend robuste Schuhe, um euch lange Zeit auf solche Berge zu bringen. Damit verschleißt ihr diese Produkte viel zu schnell. Und jetzt mal ganz abgesehen von einer monetären Argumentationssicht heraus. Wenn diese Schuhe ständig ausgetauscht werden müssen, muss so viel Material, es müssen so viele Ressourcen verschwendet werden, nur weil wir auf immer kurzlebigere Produkte setzen, nur weil sie 100 Gramm leichter sein müssen als die nächsthöhere Kategorie. Überlegt euch das gut. Es kostet Geld, es kostet sehr viele Ressourcen und es bringt einem Hersteller sehr viel Marge, die er sich eigentlich nicht verdient, weil er mit Fake-Marketing und mit falschem und irreführendem Marketing hier Geld verdient. Und ich finde, das hat kein Hersteller der Welt verdient, dass er mit Lügen Geld verdient. Und je komplexer die Begriffe hinter einem Schuh werden, EVA, Polyamid, Polyester, schieß mich tot, und je weniger die Menschen damit anfangen können, desto besser ist es für den Hersteller, denn desto eher schaut kein Kunde mehr nach diesen Fachbegriffen. Diese Schuhe hier, die Kategorie D-Schuhe, das sind die Nepal Cube von La Sportiva, das sind meiner Meinung nach die robustesten und stabilsten und langlebigsten Bergstiefel aktuell am Markt. Die würde ich nicht unbedingt für einen Klettersteig hernehmen, für einen Sportklettersteig, dafür sind sie mir einfach zu schwer und zu klobig. Aber ich kann davon ausgehen, wenn ich das machen würde, oder wenn du das machen würdest mit diesen Schuhen, dass du kein Problem damit haben wirst und dass du auch langfristig mit diesen Schuhen auf Klettersteigen und im alpinen Gelände gleichzeitig unterwegs sein kannst. Hier nicht. Hier schon eher. Hier gar nicht. Hier vielleicht zweimal oder so. Und das macht im Prinzip den Unterschied bei den Anwendungsbereichen aus. Aber nochmal zur Erklärung und zur Zusammenfassung. Fakt ist auch, Hersteller wollen ihre Schuhe für immer mehr Anwendungszwecke verkaufen. Es geht dabei darum, dass je spezialisierter eine Zielgruppe ist, desto weniger Geld verdient man mit den Schuhen. Und genau dem will man entgegenwirken, indem man versucht, möglichst viele Anwendungsgebiete in einen Schuh reinzuquetschen, die aber am Ende des Tages eigentlich alle Müll sind. Je robuster der Bergschuh, desto sicherer seid ihr am Ende des Tages unterwegs. Ich weiß, alle Leute, auch ich, wir wollen alle leicht unterwegs sein. Wir wollen alle möglichst effizient unterwegs sein und schnell sein. Aber wir müssen sicher unterwegs sein. Das bedeutet, im Zweifelsfall für die Sicherheit. Bergheil.